Wenn die Beine halten, der Körper mitmacht, dann will ich so lange wie möglich Fußball spielen. Auf hohem Niveau, das ist glaube ich immer das Entscheidende, aber in dem Alter, ich werde jetzt 34 beim Eröffnungsspiel und da muss man, wie gesagt, von Jahr zu Jahr schauen und dann muss man das kurzfristig entscheiden, aber mein Fernziel, zwei Vierten, ist schon noch da. Nationalmannschaftsspielen, ich bin die Besten der Besten und ich glaube, das ist immer der Unterschied. Das ist, glaube ich, das Niveau ist noch einen Tick höher als im Verein und das zeichnet, glaube ich, die Nationalmannschaft aus. Wir haben ein super Spieler. Das Niveau hat sich in den letzten zehn Jahren meiner Meinung nach sehr gesteigert, zum Positiven gesteigert und das zeichnet, glaube ich, unsere Mannschaft jetzt aus. Variabel bin ich und das habe ich dann damals in Bremen gelernt, habe mit zwei gespielt, hinten dran gespielt, alleine vorne gespielt. Wichtig ist, dass wir die Spieler dazu haben, für jedes System vorne zu spielen und dann hat der Trainer natürlich die Qual der Wahl. Ich nehme mir vor, so viele Spiele wie möglich zu machen, verletzungsfrei zu bleiben, was ich mir eigentlich immer vornehme, und der Mannschaft so viel wie möglich zu helfen. Ja, man träumt ja immer und ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass man Träume hat. Ab und zu ist ja so, dass man auch Träume wahrmachen kann.